Hä? Ach, jetzt fahre ich auf einmal runter. Oh, lol, ich habe voll gescheatet. Ich habe mein Deutschland vorher auf Klopapier. Achso, auf Karo-Papier. Achso, auf Karo-Papier. Genau, das ist echt auf Klopapier. Huch? Auf Karo-Papier. Achem. Gemalt, sorry. Beste Tätigkeit, während man auf dem Klo sitzt. Ja, warum nicht? Na. Klar. Sieht doch geil aus. Ja, aber na. Nicht? Na. Ja. Außer, wie gesagt, die eigenen Teammates irgendwie anzugrapschen in der Face. Ist ein bisschen doof. Naja, okay. Außer wir stehen vor dem Klo-Ziel und wollen zusammen reinlaufen. Dann kann man auch kramschen. Was soll das? Aber gut, abgesehen jetzt von dem. Wenn das... Viele stacken in der Fest und der Scheiße war... Bin auch raus. Was ist Buggy? Lopsticks da. Ist doch eine Ente drinne. Ah, Miki, du bist noch drin. Hä? Hä? Hahahaha! 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 Kann das jetzt mal Clipnä? Hahahaha! Der hatte da den Phleek.. Den Phleg schie der Mord ab. Yka? Ben, ey komm! Ben, sag ich schon. Ettö! Hör auf damit! Jetzt wird die uns vlogstiger. Nein, komm schon! Stív!! Ettö? Hey! Hör nicht auf diese Verrückten! Hör auf den Engel auf deiner Schulter. Use etnaja. Nicht auf diese 3 Teufelchen, du bist so ein Arschloch, ne? ernsthaft ah ich habe glaube ich meine taucherbrille gerade kaputt gemacht geht das ich hätte aber gerade in luft geschmissen und auf einmal war die weg du hast du wahrscheinlich an die wand gehängt frau tron ach so natürlich gehst du zum anfang wäre auch zu einfach haben wieder sechs rüben da läuft das ding lasse ich in ruhe ja du arschloch tu mir leid du hundesohn als ob face jetzt gerade die geräusche gemacht hat ja das war face und jetzt ist er gemutet oder einfach so erschrocken oh nein alleine ist oh wie gut gerade hast du es sehr schön gemacht ist hier die orange ok hier kommen so viele hin ich will auch ich hab dich runter fallen sehen das ist doch so gut kuscheln es ist mir so leid für dich ja wahrscheinlich wenn es dir gefallen ist guck mal da fliege ich jetzt ja was ihr nicht alles weiß ich habe Angst das fast in der hand zu halten sehr merkwürdig ich weiß nicht wieso aber ich glaube lock ist gerade explodiert ja wie hast du das denn hinbekommen blubber da habe ich extra nur für dich gefunden und gefangen mhm ja jetzt kriege ich schon wieder panik hör auf dich mich mit mir ins tod und so oh f*** dich oh sorry das wollte ich nicht sagen du bist so ein kleines arschlauch weißt du das du kannst das ja gerne bei dir rausschneiden bei mir wird es gehighlighted oh nein oh gott lol das hat gerade keiner gehört ja ich fange an komische geräusche zu machen wir schaffen es nicht hä hä oh gott lol tu mir leid tu mir leid tu mir leid ha 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 eine fallanale anale was das ist komisch fallanal nein was eine fallanalytiker uff sorry mhm mich ich ho red wichtig nico oder kolya als ob das nicht ernsthaft führen direkt in die spalte sehen sie spalte